Hallo Leute, Hyrule Warriors! Oh mein Gott, eine arme Dorfbewohnerin ist in Gefahr, aber wir werden ihr aus der Patsche helfen. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ich hoffe, die letzte Folge war so gesehen hoffentlich in Ordnung, weil es ist bei der Aufnahme wieder was schief gelaufen. Ich erinnere allgemein an meine Wii U-Projekte von damals. Da war ja dann immer mal der Sound total verschoben und sowas alles, aber das kann ich ja jetzt wieder richten. Bloß, ich glaube, die Qualität sinkt dadurch irgendwie. Ach, jetzt ist das komisch, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was das soll, warum das noch kaputt geht und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nicht die, Alter! Na, komm nicht näher! Bäh! Ah, Gata! Das war knapp. Alles in Ordnung? Mhm. Ja, aber wer bist du denn? Nein! Nee, so cool, Mann. Ich bin Lana. Ich bin auf der Suche nach dem Seelenportal, aber ich weiß nicht so recht, wo ich suchen soll. Hm. Äh, Seelenportal? Das sagt mir nichts. Agneta, ja, sorry. Oh mein Gott, Agneta. Aber ich kann dich überall hinbringen, ganz gleich an welchem Ort. Äh, und wie würdest du das anstellen? Oh mein Gott! Stup! Mit dem Schmetterling der Göttin. Er wird uns durch das Schattenreich führen. Ah, jetzt werden wir bestimmt die dunklen Stellen weg. Näh, 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 wie die aussieht, Mann. Sehr gut. Okay, Mission erfolgreich. Trotzdem hier irgendwas noch. Ja, trotzdem muss ich dich hier einnehmen, glaube ich. Ja, dafür muss ich aber auch wieder... Hä? So, freilötiges Ding. So, down. Äh, Schmetterling ist... Oh, das war eigentlich richtig gelesen, sorry. Agneta folgt dem Schmetterling der Göttin. Neue Mission. Eskortier Agneta zum Ziel. So, aber erstmal gucken wir dich hier. In dem Kanada auch muss ich auch noch so ein Stützpunkt. Die Dunkleheit treiben... In der Dunkleheit treiben Monster hier unwesen. Sie könnten zu unserem Hunkkottier gehen. Warum gehört nicht hier noch keinem? Äh, voll fies. Oh Gott. Wenn ich mich weiger hat, den das hier alles. So, da ist Agneta. Was machst du denn da? So. Die kriegen wir übrigens auch noch ins Team. Richtig lustig. Ah, ne Dorfbewohnerin. Ne, ne, eigentlich ist sie ja schon eine Stadtbewohnerin. Aber okay. So. Den hier auslöschen. Und das hier einnehmen. Wum, wum, wum. Wim. So. Komm her, ja. So dickes Ding, Mann. Zack. Kau geboxt. So. Alter Schwede. Haut doch mal alle ab hier. Warum sind die... Da sind ja so viele. Und Agneta muss voll leiden. So. Das ist mal geil. So. Agneta kämpft so her mit. Richtig cool. Sie ist so ein tapferes Mädchen. So. Okay. Ähm. Wann haut doch mal alle ab hier. Puh. Zack. Dick Baum. Wir brauchen dich. Gut. Hohoho. Okay. Tschüss. Voll gewunken. So. Können wir mal weitergehen jetzt? Ja. B vowels. In der Dunkelheit lauern Monster. Das ist ein Monster. Ist doch nix. So. Tod. Oh, yeah. So. Ich muss im Moment auch wieder Ausschau halten. Je nach dicken Felsbrocken. Ne? Weil es gibt hier... Oh, okay, da will ich... Kann ich überhaupt rein? Ich glaube, da kann ich gar nicht rein. Wollah, wir haben wieder zu nah ran gesucht. Oh Gott, ey, kommt ja mal so ein Vieh an. Das ist so geil mit dem Dekostad, dass das alle meine ganz viele Deko-Gegenstände sind. Hier auch mit der Schleuder, mit den alten Typen da. Dekokerne, Dekonüsse. Richtig cool. Okay, äh, eskotiert gerade wieder zum Ziel. Wo ist die denn inzwischen? Inzwischen geht es hier, glaube ich, ganz gut. Boah, der folgt ja für die Grabsteine. So. Okay, das sind unsere Leute hier, die helfen uns. So, ich... Ah, da kann ich... Da komme ich rein. Okay, ob ich da überhaupt rein will? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Ich muss da rein. So. Hä? Sie drängen uns zurück! Okay, hier ist nichts. Äh, hier ist die Tür auch zu. Okay, gut, hauen wir ab. Hier ist leider nichts. So, wer wird hier zurückgedrängt? Äh, okay, wann? Fies. Ähm. Boah, der hat so Dörföl zerstört. Okay, okay, äh, hier kommt es hier soweit klar, ne? So, Hilfe! Oh Gott, da oben. Irgendwas passiert da. Ganz im Stimmen. Ich mach doch schon so schnell, wie ich kann. Okay, Eingang finden. Da ist ein Eingang. Die Tore sind verschlossen, aber ich kümmere mich darum. Oh, hätte ich doch bei ihr bleiben sollen? Verdammt, ey. So, jetzt sind dort ein Monster. Ah, da bräuchte ich viele. So, ah, der Hauptmann. Ah. So, geheilt. Das wäre eine tolle, äh, ein tolles, ein, eigentlich wäre eine tolle Einbrecherin. Hä, mh. Ja, witzig. So, so. Bams. So, wir kriegen diese Schattendinger weg. Und warum ist der Hauptmann hier ganz alleine? Mit nur mit so ein paar Leuten. So, okay, völlig jemand geprallt. So, weiter gucken. Ist hier irgendwo ein Stützpunkt oder sowas? Ne, da ist so ein dicker. Aha, hier. Hier haben wir einen Stützpunkt. Hoffentlich wird es dann heller. Oh, oh, oh. Jung. Wurz. Ich hoffe irgendwie, dass es heller wird. Aber fließt wir denn so weit weg, ey? Ja, toll. So, oh. Stirb, Mann. So, tot. Unsere Leute sind gespawnt. So. Aber es wird ja nicht heller. Es ist einfach, wo es hier so eine dunkle Materielfestung gibt. Dann kommt man auch nicht rein. Okay. Dann Agnata weiterhelfen. Agneta. Sorry. Ich verwechsel ihren Namen dauernd. Und das tut mir leid. Badawam. Oh, Mann. Es ist ziemlich finster in dieser Festung. Ob das die Macht der Schatten ist? Ich bin ja nicht an der Stelle da, aber ist okay. Oh, Schmetterlinge. Der Schmetterlinge hat Angst. Können wir die Dunkelheit der Festung nicht irgendwie vertreiben? Bin ich dabei, aber muss man schon sagen. Wie? Erobere den Dorfplatz. Ah, okay. Boah. Dadurch kann ich jetzt also vertreiben. Na gut, dann gehe ich da mal hin. Äh, ich nehme den Umweg. Ich komme doch schon, yeah. So. Obwohl ich die Steine hier... Ich muss doch immer noch Ausschau halten nach dem... Okay, wie komme ich da rein? Ich muss hier rein. Oh, jetzt auf der anderen Seite. Nein. Äh, äh, äh. Verdammt, wie komme ich nirgendwo... Kann ich andersrum laufen? Komm schon. Komm schon. Ich komme hier nicht durch. Oh. Toll. Und hier müssen wir dann hin, Robert. Ja. Hier gehört... Hier gehört noch gar keinem was. Oh, das ist ja jetzt blöd. Scheiße. Schnell zurück, zurück. Ich muss doch einfach den ganzen Weg zurückrennen, ey. Äh, in Bedrängnis. Ja, das ist mir scheißegal jetzt. Na, warum... Du schon wieder? Warum soll man sich jetzt den ganzen Weg? Ich hätte bei ihr bleiben sollen. Sie drängen uns zurück. Aber wenn ich bei ihr geblieben wäre, wäre der Hauptmann dauernd gewesen. Na, wir sind sehr schön schnell. Schon mit dem Stab so auf den Rücken. Voll cool. So, warum sind denn hier noch so viele? Holt doch mal ab. So. Okay, kurz mal geholfen. Und weiter geht's. Und da... Ich glaube, das Ding fällt da auch gleich. Da, wo ich jetzt auf dem Weg bin. Ich muss den Dorfplatz erobern. Oh, yeah. Herzchen. Alles klar. Nee, ist auch alles cool. So. Hilfe! Mann! Ich kann jetzt nicht. Ich bin schwer beschäftigt. So, was ist hier los? So. Äh. Ach, hier ist ja gar keiner. Doch, da müssen welche sein. Dorfplatz. Und. Bum, bum, bum. Das sind total wenig. Vor allem sind alle so kleine. Ich sehe die fast gar nicht. Aber okay. So, Dorfplatz wird jetzt eingenommen. So. Wo sind hier noch die meisten? Ah, da ist das Dunkel hier. Ich hoffe, dadurch wird es dann wirklich heller. So, jetzt aber hier jetzt hier. Einfach. Einfach in die Gegend smaschen. Betrifft immer irgendwelche. Das ist so geil. Cool. Hopp. Bums. So, wo ist der Festungshauptmann jetzt? Da fliegt er auch schon. Bums. Was, dunkles? Was ist das? Äh. Egal. Ich werde einfach meine Bomben drauf. Alter, was ist das denn, Leute? Oh. Äh. Ach, immer ist halt apropos dunkel. Ich habe mir ja die DLCs alle runtergeladen. Und wenn wir Link zocken, da habe ich schon erzählt, dann zocken wir ihn als dunklen Link mal wieder. So, das ist einfach nur ein Designer-Failing. Äh, ein Design. Nichts weiter anderes. So, Dorftplatz gehört uns. So, verschwindet jetzt mal das Licht oder nicht? Der Dorftplatz ist offen. Ja. Kommt mal rein. Wow. Yeah. Okay. Alles erheilt. Sehr gut. Na dann. Ähm. Sind wir einfach in der Nähe? Ich halte nach. Steinen ausschau. Aber ich finde nichts. So, was ist hier denn los? Oder irgendwo war noch einer Bedrängnis? Jetzt komme ich ja hier überall easy lang. Oh Gott. Verdammt. Hä? Okay, wartet. Da rein. So. Wo ist hier einer Bedrängnis? Alter Schwede! Und boom, boom. Boah, schade, dass die Powerbomber genau jetzt weg war. So, wo ist denn hier einer? Ähm. Eskortiere Amiga zum Ziel. Ja, okay. Immer noch. Vielleicht bringt das mir auch jetzt erstmal hier gar nichts. Man, ist der Hauptmann halt gestorben. Tut mir leid, wenn er so blöd ist und hier alleine reingeht. Was soll ich da denn machen? Du-du-du-du-du-di-du-di-du-di. Ähm. Da hinter muss ich hin. Du-du-du-du. So, weil das jetzt hier der nächste Physiotyp in den Plot machen muss. So, Mission erfolgreich. Okay, wir haben sie hierhin eskortiert. Gut. Ähm. Wo ist das jetzt hier keiner, der böse ist? Wo ist das Schmetterling? Wer ist Schmetterling? Er ist frei. Wir brauchen ihn. Mit. Na. Wollst du? Denn der, wer hier rumfliegt und an meine Truppen vergiften kann, ja? Was? Ein Schmetterling. Vergiften. Ich kann dir versichern, dass er nicht zu den toxischen, äh, Lepidopetra gehört. Es gibt giftige Schmetterlinge? Lepi. Was? Wie hast du mich gerade genannt? Äh. Es ist ein Schmetterling der Göttin. Ist nicht cool, Mann? Wenn du ihn behutsam bittest, wird er dich überall hinführen. Er ist ein Schmetterling voller Geheimnisse. Ja. Genau wie ihr, Korb. Ihr Teilstäschchen. Ganz gleich, wohin ich will, ja? Cool. Hey, Schmetterling. Bringen wir zu diesem Hexenscheusal. Hexenscheusal? Na, das war aber total liebgebittet. Liebe Güte, was machen wir jetzt, äh? Lugschu... Na, töten. Boah. Wir hätten wohl kämpfen müssen. Eiße, fetten Nimbusgarden. Die sind so geil. So, okay. Die Truppen von Midnar wurden auf dem Schwachfeld gesichtet. Oh! Alter, fies! Ist ja gemein. Jetzt haben wir hier drei Truppen. Ich kümmere mich um diese schwarze Hexe. Haltet ihr die Schergen von uns fern? Oh mein Gott, ey. Okay, so, wieder einen Dekobaum pflanzen hier. Oh! Dup, dup, dup. Und... Zerbashed. So, okay. Dann müsste ich jetzt die Waldfestung hier einnehmen. So, ausweichend. Jo, so. Okay. Ah, ah. Hau mal ab, hau ab. So, okay. Ich hole dich heute nicht zurück. Geh du uns, Dorfagmeter. Das ist sicherer. So. Und Dekobu. Spur out. Komm. So. Gehört es uns? Ne, der Festungskommandant ist gesichtet worden. Wo ist der denn? Da ist er. Oh, der Dunkelhaupttypie. Alles klar. Ah. Lass mich in Ruhe. So. Ausweichen. Oh Gott, Zier ist auch noch da. Wird der immer lustiger hier. Wird der immer toller. So, wann? Erwisch ihn aber auch nicht. Oh, Herzchen. Nein, jetzt. Yeah. Weggebasht. Und eine Stufe höher. So, hört alles uns. Ist auch alles schön hell geworden hier. Cool. So. Ist ja krass mitner. Warum ist die denn böse? So, den Typen muss ich mal platt machen. Mit dem kommen doch meine Leute nicht klar. Wow. So. Komm her, Mann. Ausweichen. So. Und Treffer. Okay. So, schön Mana. Mana ist voll. Okay, und. So, was ist denn jetzt hier? Alter, wo kommen die alle her? So. Oh, den schnapp ich mir jetzt. Okay. Da ist auch so ein gelber Stützpunkt. Ich muss hier so viel einnehmen. Okay, Deku-Baume ist cool. So, alle getötet. So, halt. Ah. Oh, eine Bombe. Die Bombenpowerups sind immer richtig geil, Alter. So, was? Der Heu-Haup, man wurde von den Feindlichtgruppen ver-vertrieben. Jetzt geht's wieder. Na, geht nicht. Ja, ja, wissen wir aber doch schon, Mann. Oh, ne, wissen wir schon, dass es mir ja nicht geht. So und Okay, Lina Lana hat die Nimbus gerade besiegt Soll er Material erhalten So, komm schon, ist hier etwas? Ist hier? Ne, verdammt Okay, da ist so ein Hauptding So ein Hauptstützpunkt, wartet Ich muss alles einnehmen Ich nehme alles ein So, komm her Na klar, Achtung, saugt, hier wird angegriffen Was, wo, oh Gott Da muss sich jetzt mal jemand andersrum kümmern, geht das denn nicht? Warum ist denn da keiner? So So, unsere Leute sind da Die kleinen Skelette eh So, okay Alter, geil So, wieder ein Bogen So, zack Und zack So, tötet die auch wenigstens Relativ gut So, alle, die sterben Sehr schön Leute, da kommt ihr soweit klar, ne? Ihr seid jetzt hier alle Unter euch Kriegt aber hin So, hier irgendwie Eine Truhe, die Heignisse Steinblock Nö Okay So, dann ist Hier unten noch irgendwie was Oh mein Gott, ey So, kommt her Ich will zu seinem Weg jetzt zuerst mich konzentrieren soll, ey Ganz ehrlich So, dabei ist da oben noch irgendwas schön, ey So, sie drängen uns zurück Verdammt, ey Okay, da oben sind welche, da unten sind welche So, fuhu Keon Sehr gut So, hab ich dich Jetzt wünsche ich sofort jetzt den faulen Zauber von mir Faulen Zauber? Äh, was für ein fauler Zauber Die, das Die Gestalt steht hier Aber ich muss leider gehen So putzig ist da jetzt ungeheuer Ach ja, Mittner wurde anscheinend wieder zurückverwandelt Sie hat sich zurückgezogen Nein Die Mittelfestung ist offen Okay Ich würde hier dann erstmal diesen Stützpunkt hier einnehmen von den gelben Den da So, sorry Mittner, ich weißt du Eventuell bist du dann Wir haben anscheinend dasselbe Ziel Die verbindete Tropen haben die Dimmuskanne besiegt So, oh So, oh Wurde getroffen Nein Hau ab So, was ist los mit dir? So, okay Yeah Hier sind unsere Leute Schneller runter Oh Gott Oh Gott Alter, das sieht aus Total viele Typis Warte, wir sind nicht deine Feinde Gib uns den Schmetterling zurück Wir sind nicht deine Feinde Genau Guck, ob die Überredungskunst ausreicht Um das hier auszumerzen Jetzt kommst du Wird Mittner einfach unsere Freundin Halt die Klappe Wird Mittner einfach unsere Freundin Und die Kappel dann hätten wir uns hier schenken können Und wenn du uns dazu zwingst Dann werden wir den Schmetterling einfach abnehmen Ja, ganz so Autsch Er wird mit den Affen hinten gepanscht So, Siegbedingungen haben sich geändert Na toll Siege Mittner Einfach so Mittner hat den Schmetterling Und hol ihn dir zurück Wo kommt denn alle her? So, dann war es ja schon mal ganz gut Dass ich hier so weit eingenommen habe Warte, ich muss Ich muss Och Mann Haut ja mal ab Diese Typen mit Energieleist Die sind, glaube ich, echt zu stark Für die normalen Soldaten hier Ach ja, Hilfe Oh Gott, da unten inzwischen Ja, okay Hat die Nimmos gerade besiegt Alter, geil Okay, die catchen alle voll gegeneinander So, hier muss es einfach noch ein Schützpunkt sein Da Okay, das ist der letzte Gelbe Den ich jetzt auf der Karte so ausmachen kann So Und ich pflanze den Mega-Baum Oh, cool Die Skitter voll zugeguckt So Okay War es das jetzt? So, das gehört jetzt auch uns So, okay So, jetzt kann ich erstmal schnell woanders hin Ich muss woanders hin Unbedingt Ähm Ne Ne So, wie komme ich da am schnellsten hin Jetzt, ey Wo die uns brauchen Wir siegen mit Und holen den Schmetterling Zurück Nö Dip, di, dip, du, di So, da waren zwar noch viele Gelbe Aber da ist anscheinend Kein Posten mehr Oder sonst kümmern sich die Kinder mehr irgendwie um irgendwas So, noch schnell das Material holen Oh, Herz Okay So, oh, geil Bomben wieder Das gefällt mir Oh, aber erstmal Die, du, di, du So Zack Okay So, so Schnell, schnell, schnell Ich muss irgendwie wen hier erreichen Und den muss ich noch treffen Wo bist du, Kina? Ich zieh mich zurück Meine Zeit wird noch kommen Haben wir diese Platte gemacht? Ohne meine wirkliche Hilfe Okay Mitten hat sich vorerst Zurückgezogen So, Mann Alter, hier geht's ja ab So Äh Zack Okay Jetzt reicht's Ich muss mal wieder richtig cool sein Oh, hu, hu, hu So, die gemeine Katze läuft weg hinterher Die gemeine Katze Oh nee Kein schlechter Vergleich So, verdammt Heute noch Bevor ich X drücke Will ich Hier noch den Oberhauptmann haben So, okay Verdammt Oh Alter Schwede Toll So, da ist wieder das dunkle Vieh Okay, wir haben es trotzdem getroffen So, komm schon Dicker Baum Yeah Voll oben rumgepflanzt Und das gehört uns Und alles hell geworden Sehr schön Und eine Waffe bekommen Okay, das Skulptur habe doch den Schlagwort gesichert Natürlich da ganz irgendwo hinten Richtig toll Äh, hole ich mir die Warte, ich renne erstmal hier lang So, feindliche Truppen haben die Nimbus gar nicht besiegt So, wache ich dir erstmal alles schnell platt So, wow, wow, wow Und davon wird meine Sekten reichen In aller Ewigkeit erzielen So, weil da haben wir ja auch wieder Level ab bald So, okay Das gehört jetzt auch alles uns Truppen sind da Freuen sich Okay, der Schatten ist über das Sichtfeld Was? Azaugertier droht zu fallen Okay, ja gut Dann Muss ich da jetzt mal hin Alter, was ist hier los? Was sind hier so viele? Haupt mal ab Die Säcke So, zack Hier Voll erwischt Äh Warum sind hier so viele Leute? Kann ich das mal ehrlich sagen? So Hier man Zack Äh, Baumtratier Baumschießig immer zweimal Egal, so ob man das vier VfL von Windel Wow, wow So, so, so Meine Skulptur kriegt das sowieso nicht So, ja So, okay, yeah Und Deku Sprössling Ballert seine Deku Nüsse Okay Und schön Her damit Aha Okay, kommt ihr so weit Ist mal wieder hier klar? Ich hoffe doch Okay Dann schnell da runter Zur Skulptur Und Midna ist da oben Okay, ich renne jetzt erstmal zur Skulptur Weil wir die haben Ah, mir fehlt ja auch noch das Herzteil Und der Herzcontainer Das ist auch wieder sehr nervig Jetzt ich nicht genau weiß, wo das sein soll Hau ab So So, wir haben kurz hier wieder hier geholfen Ganz kurz So, Agneta ist ja hier und die hilft So Jetzt wieder Gleich kommt sie wieder Das Geräusch Äh, da ist sie Ich seh sie schon Yeah Okay Down Skulptur Willkommen Bildfragment So, was ist denn da oben eigentlich los? So, hier, ich renne mal kurz Ich muss jetzt so wieder nach oben Oh, die haben das Ding wieder eingenommen Fies Okay Okay Ist das hier irgendwo ein Stein An dem man, an dem man ja ernst schnell vorbei rennen könnte Das wäre ja nicht so cool So, was machen die denn alle hier? Die stehen hier einfach woher rum tanzen Von hier aus, dann tanz doch alle rum hier So, so Ich will, dass es hier blau ist So Okay Und dann Hier ist nichts weiter Hier muss ich Warte mal Stein Ne, okay, gut Dann geht hier Einfach rein So War das hier So Ach, das hat Midna eingenommen Midna war das Ja, Mann Deku Baum Wachse So, Leute Ich nehme das hier noch schnell zurück ein Und dann muss ich einfach den Part beenden So Und gehört wieder uns gleich So Zack Yeah Stufe erhöht So, der Dorfplatz ist wieder Unsers Und wurde aufgehoben vom Schatten Alles klar, Leute Dann Vielen Dank wieder fürs Zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder Ciao